Ja, wir sind hier an der wilden Küste von Spanien und gerade sind meine Schuhe fast ins Wasser gegangen und wir erholen uns gerade noch. Ja, ja, die Schuhe waren im Sinn, fast weggeschwommen. Und das Tolle hier, das Tolle hier ist das Aerosol, also das ist hier in der Nordsee. Wir haben gerade gelesen, man soll hier eigentlich auch nicht baden, wenn wir die Schilder richtig gesehen haben. Aber der Strand ist trotzdem total schön. Das ist Estepona da hinten und da auf der anderen Seite der Felsen, wenn man da sieht, das ist Gibraltar. Und wir sind mittendrin. Nicht bebachter Strand. Es ist Dienstag, der 12. Oktober. Gestern hatte ich Geburtstag und wir sind immer noch in Andalusien und sind hier in unserem Pool. Man muss sagen, die paar Stunden nachmittags sind es 25 Grad. Das sind wirklich nett. Da kann man sich hier relaxen und so. Wir waren heute noch kurz in Mabea. Aber Mabea muss man wirklich sagen, naja, kann man vergessen. Wir dachten, es sei so ein bisschen mondän und Yachten und so. Aber im Vergleich, sagen wir mal San Tropez, gar nichts. Sorry. Na ja, morgen geht es nach Gibraltar. Mal schauen. Das soll ja cooler sein. Mal schauen. Mabea. Wala. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020